Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Wars The Force Unleashed. Wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich auf Felusha. Da haben wir jetzt hier das, ne, Force Repulse freigeschaltet. Ah ja, das sind die Dinger, genau. Die haben mich immer genervt, ehrlich gesagt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Könnt ihr ja mal schreiben, wie ihr das Level immer fandet, aber ich fand so... Ein Force Unleashed-Spiel an sich ist geil so, aber ich fand so Level... Ich weiß nicht. Nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Ich hab lieber gegen Sturmtruppler gekämpft oder so. Also Force Unleashed 2 find ich da schon ein bisschen besser, muss ich sagen. Tja, mal du die einfach nur werfen kannst, ey, geil. Boah, was ist mit dem Ding los? Das ist ja ekelhaft. Ah ja, da gab's diese Pflanzen, genau. Die konnten wir wegblitzen, ne? Genauso war das. Gehen wir mal die Höhle hier entlang. Ah ja, hier kann ich mich auch noch dran erinnern. Hier hab ich mal sehr viele Stunden drin verbracht, gefühlt. Hab ich den Ausgang nicht gefunden, aber es ist jetzt gerade... Also ich bin gerade aufgestanden, vielleicht hört man's. Ähm, normal ist es so, dass die Force Unleashed-Folge schon am Freitag oder am Donnerstag aufgenommen ist. Und die kommt ja am Sonntag. Ähm, ja. Jetzt ist es Sonntag. Sonntagmorgen wollte Force Unleashed natürlich nicht ausfallen lassen. Hatte über den Rest der Woche keine Zeit. Ich war am Donnerstag und Freitag noch ein bisschen krank. Aber das sollte uns jetzt nicht hindern. Ich will das Ding mich verarschen. Als ob das nicht Schwertblocken kann. Tschüss. So, hier unten konnte ich mir auch noch hin. Was ist das denn? Ist ja ekelhaft. Vorne ist noch so eins. Bah. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Viech ist, ey. Ich will Kant wissen, da unten wissen. Ne? Volokon? Das gehe ich mir natürlich sehr gerne holen. Zack. 10.000 Machtpunkte. Okay. Gibt es noch eins tief? Aber ich glaube... Soll ich mal gucken gehen? Oh nein, 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 nein. Okay, da ist nichts mehr. Und da kriegt man Schaden. Okay. So, dann heißt es jetzt mal langsam aber sicher nach oben gehen. Tschüss. Tschüss. Ach ja. Kann man schon mal seinen Frust rauslassen, weiß. Ähm, achso. Macht, ähm, ja. Tschüss. Okay. Okay. Stirb. Dankeschön. Oh, hier bin ich auch so oft früher runtergefallen, ne. Das glaubt ihr gar nicht. Das war immer eine Arbeit. Hä? Tschüss. Oh. Ja, das tut ein bisschen weh. Wow. So, wo lang gehen wir? Das war noch die Holocons mitnehmen. Ja, okay. Dann greifen wir halt nicht. Greifen wir jetzt. Tschüss. Tschüss. Zack, 10.000 Machtpunkte. Okay. Tschüss. Wo willst man noch ein Licht? Ach, das geht mir so auf den Sack, ne. So, ähm, gehen wir jetzt hier rum, oder? Ach, das ist diese komische Pflanze. Ne, da kommt man nicht darum. Oh, das hab ich vergessen. Ja. So passt jetzt. Ich hab vergessen, dass man da andersrum gehen muss. Es ist mir im Moment eingefallen, als ich einen Sprung gemacht hab. Ja, das ist ein wenig nervig. Das heißt aber, dass wir eigentlich hier über den Weg gehen können, ne? Ja. Damage increased. Kommen wir jetzt auf Gegner? Dann kann ich das auf sinnvoll. Danke. Okay? Hallo. Ja, okay. Digga, dass der das immer ablocken muss. Meine Fresse, ne? Hallo. Lol, was hab ich jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich die ganze Zeit meinen, was wir gelernt haben, ne? Das Fortschrittpuls machen. Aber okay. Okay. Direkt wieder runtergefallen, ja, Tybe. Verreckt. So, wie kam man denn da nochmal hin? Frage ich mich jetzt gerade. Muss ich da da hochkommen? So hier rüber und jetzt da hoch? Nein? Wie kam ich denn da hoch? Ich würde das nämlich schon ganz gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Jetzt bin ich hier. Ah, okay. Jetzt bin ich da. Jetzt habe ich nur noch kein Ding, äh, mehr fassen. Oha, du wolltest deinen Kumpel, oder? Gut, schlau. So, und jetzt dürfte ich von hier ein... Oh nein, 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 nicht rutschen. Hehehe, wow. Er blockt's, aber er blockt's nicht, okay. Ich komm doch nicht von da da drauf. Da? Kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich von hier da drauf komme. Also, ich will das schon ganz gerne haben, deswegen, also... Ich sag da jetzt ungern nein. Aber von hier kommst du nicht da drauf. Aber wie kam man denn da drauf? Vielleicht, wenn wir mal an die ganze andere Seite jetzt... Ist ja ekelhaft. Da lang gehen. Ah ja, da ist es angehen. Healthtrain-Aura. Okay. Du bist wieder einer von der Sorte. Ich verstehe. Tschüss. So, haben wir eine... Och, das ist ja... Wow. Also, wow. Das ist mal wieder Betrug auf ganzer Linie am Kunden. Wow. Wow. Ich hab da nicht mal eine Lücke gesehen. Ich war nämlich gerade am Ende. Ich hab gesehen, dass ich da lang muss. Wow. Das nennt man Betrug. Was spawnen die hier eigentlich unendlich? Ich bin der Meinung, ich hab schon sehr viele davon getötet. Aber... Da, wow. Da kann man runterfallen. Diesem kleinen... Wow. So, und jetzt heißt es, Nerven behalten und bloß nicht runterfallen. Zack. Unstereo... Okay, gut. Ähm, das machen wir mal rein, würde ich sagen. Lightsaber. Instabiles Rotes war das, ne? Ja. Machen wir mal rein. Das dürfte ja jetzt so Kylo Ren mäßig eigentlich sein, wenn's instabil rot ist. Ich möchte das haben. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Ja. Ja. Hat was. Hat was. So, jetzt den selben Weg ganz vorsichtig wieder zurück. Okay. Der ist mal Brain-AfK gewesen. Wow. Schön. These aliens might be well trained, but if you could identify and eliminate the leader of each group, you might be able to demoralize the rest. Ja, ja, ja. Ein Anführer, der kropple sich echt hin. Make your way to the inside. Der weiß, okay. Tschüss. Das war der Anführer, ne? Der war ja... Das ist nicht so... Hallo. Das hier möchte ich immer machen. Das möchte ich immer blocken. Heilige Scheiße. Boah, der tut mir ja leid. krasser Scheiß. Vorne so ein... Holocon. 10.000 Macht. So, aua. Der ist ja sogar gestorben. Merk. Wie ich das Spiel kenne, könnte auch hier drunter mal... ein Holocon sein. Aber auch nur könnte. Ich glaube, das würdest du aber erkennen, wenn es ein bisschen mehr... Och, ich wollte da nicht rein. Wenn es ein bisschen mehr leuchtet. Ja, genau so wollte ich ihn wegschmeißen. Genau so. Zack. Aha! Gerade gesagt. Unlimited Energy. Wollen wir das ausnutzen? Okay. Verreckt mal allein. Eads, bitte. Ja, also... Betreiben sollst du das jetzt auch nicht, Starkiller. Okay. Okay. Zack. Ey! Ich hab dich... Hallo! Halt dich auf! Hallo! Okay! Verbrennen kann man... Interessant. Junge, du kleiner. Was? Das geht mir auf die Nerven. Verbrennen. Dann gehen wir mal weiter. Da lang müsste ich. Das heißt, hinten ist wieder die Chance auf den Holocon. Mein Gott. Aber halt nur die Chance. Oh, ein kleiner Bastard. Willst du das ja? Und wenn noch einmal was... Jetzt reicht's mir. Junge. Ja, wie sieh halt nichts an. Ist okay. Alter. Verreckt an Eads. Verreckt an Eads. Verreckt an Eads. Ja. Du hast es besonders verdient. Mein Gott. Äh, es ist hier... Kein Holocon mehr, oder? Versteckt, oder? Wie sieht's aus? Ich weiß es nicht mehr, aber ich dachte, das ist so ein typischer Spot. Ihr seht's ja oben links auf der Karte. Ich dachte, das ist nochmal so ein typischer Spot für den Holocon. Vielleicht hier drin, oder kann ich das gar nicht hochholen? Kann ich gar nicht. Nee, kann ich nicht. Okay. Hier hinter auch nicht. Na gut, dann wird hier kein links sein. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. Ich glaube, jetzt langsam müssen noch die Rancors kommen. Wenn ich mich recht entsinne. Wow. Okay. Das ist traurig. Okay. 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 Das hat jetzt hier keiner von euch gesehen. Wenn jetzt hier noch jemand zuguckt. Das hat keiner von euch gesehen. Wow. Das ist peinlich. Das ist peinlich. Okay. Okay. Wenn man sich so verlaufen kann. Okay. Ach, das ist ein Weg für den Holocon. Ich dachte, hier müsste ich halt lang. Compress, golden. Ja, den will ich jetzt nicht reinmachen. Wir haben gerade gewechselt. Ich wusste gar nicht, dass es dann nicht lang wird. Aber gut. Ich würde eigentlich nur dem da aus dem Weg gehen. So. Jetzt dürften gleich die Rancors kommen, wenn ich mich recht entsinne. Boah, ich hab den... Okay. Kann ich eigentlich meine Machtblitze nochmal ein bisschen auf Vordermann bringen? Das ist hier die Frage. Leider nicht. Hätte ja sein können. Machen wir hier mal das voll. Hier machen wir wieder random, weil ich benutze E-Ni-Kombos. Boah. Einmal Gesundheit an mich. Danke, danke. Boah. Gut, dann machen wir hier weiter. Okay, das ist sehr einfach. Macht Kombosphäre. Tschüss. Was ist das denn für ein Teil? Ist ja ekelhaft. Als ob hier alles ein Lebewesen ist. Ach. So, jetzt hätte ich fast denselben Fehler wieder getan. Weil der Pfeil zeigt ja nach da. Sowas kann auch nur mir passieren. Wow. Also, wow, das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Der Pfeil ging nach hier. Ihr habt's doch gesehen gerade. Wow. Oder ist es... Ich kam doch von hier. Jetzt zeigt der Pfeil wieder in die andere Richtung. Wow. Ich glaube auch, das Spiel will mich verarschen, ey. Wow. Aha. Das ist richtig geil detailliert jetzt gleich. Also, hier glaube ich noch nicht. War gleich. Das ist so geil gemacht. Hier. Hier sind so geile Details. Weil das hier so... Hat er ja gesagt. In so einem alten Clownmoss Schlachtfeld jetzt praktisch spielt, sage ich mal. Mal gucken, wenn ich hier das Ding sehe. Damage Increased. Blitz ihn. Blitz ihn. Wow. Okay. Das Damage Increased ist ein bisschen stark. Wow. Der war ja schnell tot. Was war da? Hallo? Ist die Pflanze. Mal gucken, ob ich das hier finde, was ich zeigen wollte. Da ist das SM2. Ist das eigentlich... Aua. Ist das eigentlich hier? Ist das eigentlich auch? Da oben ist zum Beispiel so eine Kanone. Ich sehe. Junge, kannst du mich mal in Ruhe lassen? Tschüss. Ich glaube, das ist es. Hier habt ihr den nächsten Teil. Junge. Ihr geht mir so auf die Eier. Das glaubt ihr gar nicht. Verpiss dich. Verpiss dich. Verpiss dich. Oh, ich habe keine... Okay. Verpiss dich. Verpiss dich. Mein Gott. Ich brauche wieder... Okay. Verreckt mal bitte. Danke. Tschüss. Und tschüss. Wow, der ist ja nochmal da. Oh oh. Er ist nicht nochmal da. Tschüss. Ich suche gerade was. Ich glaube, das ist erst, wie gesagt, da vorne. Junge, du gehst mir so auf. Zuck. Tschüss. Unlimited energy. Geh. Mach's gut. Ist noch ein Holocorn. Ist einfach. nö, ich ignorier dich, nö ja, brennen ja, ok tschüss nein, einfach auf den anderen geworfen zack läuft der vor mir weg, ne, soll mir egal sein au zack geh weiter durch die Höhle kann ich hier oben nur schauen so, und jetzt weiß ich, wo wir sind da, ja, genau weil ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause wow, wie sich das hier ändert, ne wow also wir machen hier eine kleine Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder dann machen wir hier weiter bis dahin, Mögli macht ihn durch sein haut da rein und ciao Leute b b b b b Bis zum nächsten Mal.